Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Lebendiger Brutkasten. Svenja Michels trägt aus Geldnot ein Baby für Familie Kramer aus. Wird Brigida Braun die junge Frau vor dem schlimmsten Fehler ihres Lebens bewahren? Kinder sind keine Ware und Frauen wie sie sind keine lebendigen Brutkästen. Meine Mandantin trägt die Kinder aus, sie wird sie zur Welt bringen, sie ist und bleibt Mutter. Selbst wenn ihr eine Million anbieten würdet, würde ich euch die Kinder nicht geben. Ich habe gesagt, ich möchte kein Geld und ihr bekommt auch kein Kind. Ja, such dir eins aus. Paula? Henry? Oh mein Gott. Ich bin fast in Spanien. Svenja Michels ist seit zwei Jahren mit ihrem Freund Johannes Steinmetz zusammen. Der 25-Jährige macht sich gerade mit einem Laden für Malerbedarf selbstständig und hat sich dafür in große Schulden gestürzt. Um ihm zu helfen, hat Svenja sich als Leihmutter für das reiche Ehepaar Kramer zur Verfügung gestellt. 30.000 Euro soll sie für diese Gefälligkeit bekommen. Johannes war von Anfang an dagegen, doch zur Routineuntersuchung begleitet er sie trotzdem. Gut, ich bin gleich zurück. Sie können sich ranziehen, ja? Mhm. Okay. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Was sie gesehen hat, hat sie jetzt auch nicht gesagt. Nee. Okay. Aber in fünf Monaten ist es soweit, dann kommt das Baby und dann ist endlich alles vorbei. Dann ist es zum Glück endlich vorbei, ja. Erfst du mal bitte meine Schuhe? Klar. Kannst du mal ein bisschen positiver sein, bitte? Ja, jetzt mal im Ernst. Was erwartest du? Soll ich jetzt glücklich darüber sein und mich darüber freuen, dass meine Freundin ein Kind von irgendwelchen reichen Leuten austrägt? Ich habe dir damals schon meine Meinung dazu gesagt und du hast es trotzdem heimlich gemacht. Also komm mir jetzt nicht mit positiv sein oder so. Mann, Johannes, ich habe das doch nur für dich gemacht. Immerhin haben wir für die Befruchtung schon 10.000 Euro bekommen. Das sind schon die Hälfte der Schulden. Gibst du mir mal bitte meine Jacke? Ja, ja. Ja, das hätte ich auch irgendwie anders hingekriegt. Deswegen muss meine Freundin aber nicht leben am Bootkasten spielen. Mann, mach doch nicht immer alles so mies. Nach der Geburt gibt es nochmal 20.000 Euro. Du kannst deinen Laden von dem Restgeld fertig machen. Also hör auf, mal so rumzunörgeln. Ich kann dich ja schon... Hier. Herzlichen Glückwunsch. Nicht nur, dass alles gesund und munter ist, sondern es kommt im Doppelpack. Sie bekommen Zwillinge. Zwei. Wunderbar, ja? Ja. Dürfen wir dann jetzt auch gehen? Ja, klar. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie bitte viel Zeit bekommen. Ja, so. So, vier Wochen. Was soll ich denn jetzt den Kramers sagen? Zwillinge, das ist gar nicht abgesprochen gewesen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall richtige Scheiße. Ich muss da jetzt auf jeden Fall hin. Kommst du dann bitte mit? Damit habe ich jetzt echt wirklich gar nicht gerechnet. Das sind Zwillinge. Ich habe der Frauenärztin auch überhaupt nichts von der Leihmutterschaft erzählt. Ich bin echt gespannt, was die Kramers dazu sagen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich passt denen das auch überhaupt gar nicht. Vor vier Monaten hat Svenja sich in Polen eine befruchtete Eizelle von Kerstin Kramer einpflanzen lassen und mit dem Paar vertraglich vereinbart, das Baby für sie auszutragen. Die 24-Jährige hofft, dass die Kramers dazu verpflichtet sind, nun beide Kinder zu nehmen. Doch das sieht das neureiche Ehepaar anders. Ja, kommen Sie kurz rein. Ich habe aber nur zwei Minuten. Ich muss dringend zu einem Termin. Zwillinge, mit meinem Baby alles okay? Prima. Schreibt mir nächstes Mal doch einfach eine SMS oder irgendwas. Du jagst mir einen Wahnsinn. Schreck ein. Ja, also die Sache ist halt, wir waren gerade beim Frauenarzt und Sie erwarten Zwillinge. Zwillinge? Was soll das denn jetzt heißen? Wir bekommen ein Kind. Von dem zweiten war nie die Rede. Ja, und dafür werde ich auch nicht bezahlen. Wir haben einen Vertrag, damit sich beide Seiten daran halten. Wohl, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich mir eins aussuchen kann. Geht's noch? Hörst du dir überhaupt noch zu? Ihr nehmt gefälligst das, was dabei rauskommt. Das schließe ich euer Produkt, das meine Freundin hier austrägt. Moment mal, Moment mal. Erstmal sind wir Familie Kramer, so geht's schon mal los. Und zum zweiten sollten Sie vielleicht mal den Vertrag, mit dem Sie überhaupt nichts zu tun haben, auch mal lesen. Und jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Jetzt. Geht's noch? Das ist doch keine Art jetzt. Ja, jetzt gehen Sie bitte. Boah, was für ein arraganter Affe. Wofür hält er sich? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich keine Kinder möchte. Und überhaupt, die können nicht einfach Geschwister trennen. Das geht nicht. Ja, was weiß ich. Du hast dich in die Scheiße geritten. Ich war von Anfang an dagegen. Ich weiß auch warum. Und was du jetzt tun soll, keine Ahnung. Ich hab jedenfalls keinen Bock, mich um die Kinder zu kümmern. Wir haben den Vertrag. Dann geh ich damit zur Anwältin. Bleib doch mal stehen. Ja, mach, was du meinst. Ist mir egal. Johannes! Johannes! Mann, ich wollte auch keine Kinder. Ich wollte ihm doch nur helfen. Dann, weiß ich nicht, vielleicht, ich hoffe, die Anwältin kann mir helfen. Tags darauf sucht Svenja sich Rat bei Rechtsanwältin Brigida Braun. Sie hat der Juristin schon telefonisch von ihrer Leihmutterschaft berichtet. Svenja mag Kinder. Aber die Verantwortung für zwei Neugeborene tragen zu müssen, macht ihr große Angst. Die Anwältin will ihrer jungen Mandantin behutsam klar machen, dass eine Leihmutterschaft illegal ist. Vielen Dank, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Ich brauche unbedingt Ihre Hilfe. Ich schaffe das nicht. Ich kann doch nicht einfach ein Kind behalten. Die können Sie doch nicht trennen. Beruhigen Sie sich. Selbstverständlich möchte ich Ihnen helfen, Frau Michels. Das ist ja meine Aufgabe. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihnen in der Art helfen kann, wie Sie das gerade von mir haben wollen. Es ist tatsächlich so, Leihmutterschaft ist in Deutschland gesetzlich verboten. Verstehen Sie, das ist sittenwidrig. Und deswegen ist der Vertrag, von dem Sie mir erzählt haben, nicht das Papierwert, auf dem er steht. Quatsch, ehrlich? Ja, ja. Aber sagen Sie mir mal, wo sind Sie eigentlich befruchtet worden? In Polen. Also die Kramers haben die Klinik ausgesucht und ich bin dann, ich verstehe langsam auch warum. Genau. Was in Polen geht, ganz offensichtlich, geht in Deutschland eben nicht. Hier sind Sie die leibliche Mutter. Sie tragen die Kinder aus, Sie bringen sie zur Welt. Sie sind die leibliche Mutter, völlig unabhängig davon, welche Keimzellen es sind, die Sie da austragen. Verstehen Sie? Aber sagen Sie mal, wer ist eigentlich die biologische Mutter? Eine Frau Kramer ist die biologische Mutter. Ich habe eine befruchtete Eizelle eingepflanzt bekommen und bin eigentlich nur der lebendige Brutkasten. Also ich bin auch gar nicht bereit für Kinder. Ich möchte keine Kinder haben. Und der Vater? Der Vater ist auch, das ist Herr Kramer. Also ich bin nur da zum Austragen. Ja, aber Moment mal, wenn die beide Kramers fruchtbar sind, wie kommen Sie dann ins Spiel? Ja, Frau Kramer, als ich die Figur nicht Ruhe nehmen möchte, das ist sowieso voll die affektierte Tussi und nur auf ihre Figur bedachten. Und sie hat den Kerl nur bekommen, weil sie so geil aussieht. Ja. Und deswegen bin ich halt da zum Austragen. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Also wie auch immer. Frau Michels, ich sehe Ihre Irritation. Mögen Sie einen Schluck Wasser? Ja, bitte. Frau Michels, gucken Sie mal. Ich möchte Sie eigentlich als Frau ansprechen. Wissen Sie, ich bin auch Mutter. Ich weiß, wovon ich rede. Bitte schön, das ist Ihr Wasser. Frau Michels, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Sache Sie so kalt lässt. Ich meine, so wie Sie gerade auch die Kramers beschrieben haben. Möchten Sie Ihre Kinder solchen Leuten in die Hand geben? Nein, aber ich möchte noch keine Kinder. Und ich habe ja auch schon Geld dafür bekommen. Und Herr und Frau Kramer werden bestimmt sauer, wenn ich denen jetzt sage, dass ich die Kinder behalte. Na klar werden Sie sauer. Na und? Also glauben Sie mir, wenn es nur um diese Frage geht, die rauche ich in der Pfeife. Schauen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieses Gesetz, das die Leihmutterschaft verbietet, ist genau für solche Leute wie die Kramers gemacht worden. Denn dieses Gesetz soll solchen Leuten den Riegel vorschieben. Kinder sind keine Ware und Frauen wie sie sind keine lebendigen Brutkästen. So sieht's aus. Die Juristin macht Svenja klar, dass sie von dem unmoralischen Angebot der Kramers zurücktreten muss und die Babys nicht in die Obhut des egoistischen Ehepaars geben kann. Können Sie sich nicht vorstellen, Ihre Kinder wirklich zu behalten, als eigene aufzuziehen? Sind doch Ihre. Ja. Ich denke schon. Frau Michels, herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Es ist die richtige Entscheidung. Also die Haltung der Kramers hier ist wirklich nicht hinnehmbar. Sie behandeln Kinder ganz offensichtlich wie ein Handelsgut. Nicht anders ist es ja zu verstehen, dass sie bei meiner Mandantin offenen Auges auf Vertragserfüllung bestehen. Nein, meine Mandantin ist und bleibt die Mutter der Kinder. Und ich bin froh, dass sie sich für ihre Kinder jetzt entschieden hat und sie auch alle beide behalten wird. Denn jetzt werde ich für sie kämpfen, ihr Recht durchzusetzen. Nach dem emotionalen Gespräch mit Brigida Braun ist Svenja schlagartig klar geworden, dass sie die kleinen Wesen in ihrem Bauch schon längst lieb gewonnen hat und nicht an das geltungssüchtige Ehepaar Kramer abgeben kann. Ihr Freund Johannes ahnt noch nichts von Svenjas Entscheidung. Hi. Hey, was ist das denn? Ich wollte mich entschuldigen, weil ich gestern so überreagiert habe. Ich war einfach mit der Situation einfach so überfordert. Musste auch verstehen mit der ganzen Schwangerschaft und sowas. Weißt du, ich bin einfach nur... Oh, das ist schön. Danke, ich hoffe, es gefällt dir. Danke. Ich war einfach so überfordert, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich meine, ich habe einfach gemerkt, dass ich dich mehr unterstützen sollte wegen der Sache mit den Kramers. Und ich meine, ich werde dich dabei auf jeden Fall unterstützen. Aber erzähl mal jetzt, was hat denn die Anwältin überhaupt gesagt? Ja, also die Anwältin hat halt gesagt, dass der Vertrag sittenwidrig ist und damit auch nicht gültig. Was? Was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass ich die Kinder gerne behalten möchte. Ist das dein Ernst? Ja, weil ich denke, dass die Kinder auch nichts dafür können. Und wenn die irgendwann groß sind und erfahren, wie die auf die Welt gekommen sind, dann, ich meine, kannst du mit der Verantwortung leben, mit dem Gedanken? Ja, ich will aber keine Kinder. Vor allem nicht jetzt. Und erst recht nicht von irgendwelchen fremden Leuten. Ja, ich meine, also ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Und ich weiß auch, dass ich damit total naiv war. Aber ich meine, ich muss jetzt Verantwortung dafür übernehmen. Und das fällt dir erst jetzt ein. Wenn die Kramers nicht mehr zahlen, dann haben wir gleich noch die Schulden und auch noch die beiden Kinder am Hals. Wie soll denn das gehen? Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Und vor allem, was ist, wenn die ihre schon gezahlten 10.000 Euro wiederhaben wollen? Ja, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, das merke ich. Nicht drüber nachgedacht. Super. Ich habe keine Lust, dass es nachher alles wieder an mir hängen bleibt. Auf gar keinen Fall. Ich liebe Svenja, wirklich. Aber ich erkenne sie im Moment gar nicht mehr wieder. Ich meine, ich bin echt kein hertherziger Mensch und ich mag auch Kinder. Aber man muss doch vernünftig sein. Was bringt es denn, wenn die Kinder irgendwie in armen Verhältnissen aufwachsen? Damit ist doch niemandem geholfen. Nur einen Tag später will Brigida Braun den Kramers mitteilen, dass ihre Mandantin die Zwillinge behält. Und dass es außerdem vollkommen inakzeptabel ist, sich ein Baby zu kaufen. Svenja hat als leibliche Mutter nicht nur mehr Rechte als die biologischen Eltern, sondern sogar Anspruch auf Unterhalt von ihnen. Guten Tag, Braun ist mein Name. Entschuldigen Sie den Überfall. Guten Tag, Braun ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin. Ich vertrete die rechtlichen Interessen meiner Mandantin. Frau Michels, kennen Sie ja. Ja, um es ganz kurz zu machen. Ich will Ihre Zeit nicht stehlen. Also meine Mandantin hat sich entschieden, Ihre Kinder zu behalten. Alle beide. Moment, Moment. Eins ist meins davon, Schatz. Ja, genau. Also so sehe ich das auch. Schließlich haben wir einen Vertrag. Ja. Also das, was Sie haben, Herr Kramer, ist ein Stück Papier mit ein paar Sätzen drauf. Mehr ist es nicht. Also Verträge dieser Art sind sittenwidrig in Deutschland. Das wissen Sie als Geschäftsmann ganz bestimmt. Es gibt keine Leihmutterschaftsverträge. Und meine Mandantin trägt die Kinder aus. Sie wird sie zur Welt bringen. Sie ist und bleibt Mutter. Okay, wenn Sie meinen, dass das so ist, dann möchte ich aber auch sofort meine 10.000 Euro zurück. Die hat Frau Michels ja somit ohne Rechtsgrundlage erhalten. Ja. Sprich, kein Geld für keinen Vertrag. Jetzt ist das Ding erledigt für mich. Herr Kramer, ich verstehe Ihren Wunsch, aber den werde ich Ihnen nicht erfüllen. Sie bekommen nichts davon. Gar nichts. Denn das Geschäft ist sittenwidrig und damit auch Ihre Zahlung. Sie haben keinen Anspruch. Aber meine Mandantin, sie hat jede Menge Ansprüche. Nämlich in Höhe von drei Jahren auf Unterhalt als ledige Mutter Ihrer Kinder. Und Ihre Kinder, Ihre beiden, haben ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen Sie, verstehen Sie, bis Sie Ihre erste Ausbildung absolviert haben erfolgreich. Das sind ein paar Tage, die da zusammenkommen. Herr Kramer, ich würde mich natürlich freuen, auch Frau Kramer, wenn wir das einvernehmlich und außergerichtlich klären könnten miteinander. Ich meine, wenn ich von Ihnen beiden bis zur Niederkunft meiner Mandantin nichts höre und nichts sehe, dann werde ich das auf dem formellen Weg durchsetzen. Ja. Da müssen Sie erst mal schlucken. Naja, machen Sie mal. Ich würde sagen, wir brechen hier ab. Ja, mir habe ich auch nichts zu sagen. Ja. In Ordnung. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Kommen Sie. Das war wirklich klasse. Danke. Hat mir aber auch gut getan. Hat mir auch gut getan. Die haben es verdient, ganz ehrlich. Svenja ist froh, dass sie die 10.000 Euro nicht zurückzahlen muss, denn Johannes hat mit dem Geld schon einen Teil seiner Schulden beglichen. Er hat zwar immer noch 14.000 Euro Restschulden, doch Svenja ist sich sicher, dass sie einen anderen Weg finden, um die Summe zu begleichen. Für sie ist die Hauptsache, dass die Kinder bei ihnen bleiben und sie zusammenhalten. Na, wie war's? Erzähl, was ist mit dem Geld? Also, die Anwältin ist total nett. Die hat auch alles im Griff. Und, ähm, ja, die 10.000 Euro müssen wir auf jeden Fall nicht zurückzahlen. Ja, aber das Gute ist, dass wir sogar noch Unterhalt kriegen, weil Herr Kramer ja der leibliche Vater der Kinder ist. Ach, super. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir die Kinder gut unterkriegen. Geht's noch? Ich habe doch gesagt, ich behalte die Kinder. Ja, dass du nicht wolltest, dass die Kramers sie kriegen, das kann ich ja voll und ganz nachvollziehen. Aber wir können die nicht behalten. Was ist denn mit Adoption? Dann sind die Kinder doch auch gut untergebracht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich brauche deine Unterstützung. Ich möchte die Kinder behalten. Nein, Svenja, hör auf. Das geht nicht. Absolut nicht. Wir haben 14.000 Euro Schulden. Hast du dir überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, was das alles für Kosten sind? Alleine Windeln und sowas. Und mal ganz abgesehen davon, das ist pervers. Was? Wie bitte? Ganz ehrlich, Johannes, ich habe gedacht, du bist für mich da. Ich habe gedacht, wir schaffen das zusammen. Und dummerweise habe ich auch gedacht, dass du mich vielleicht ein bisschen verstehst. Hör auf, sowas zu sagen. Das ist unfair. Unfair? Unfair ist das, dass ich das alles für dich gemacht habe, um deine Schulden abzubezahlen. Das ist unfair. Erstmal, sag mal ein bisschen ruhiger. Das müssen die ganzen Nachbarn nicht mitbekommen, ne? Und zweitens, lass ich mir jetzt nicht nachsagen, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch bin oder sowas. Aber du musst doch mal realistisch bleiben. Ich meine, das ist doch kein Paar Schuhe oder so. Hier geht es um eine lebenslange Verpflichtung. Verstehst du das nicht? Ich merke einfach, ich glaube einfach, wir haben verschiedene Ansichten, was das angeht. Ehrlich. So leid es mir tut, aber ich glaube, wir sollten uns trennen. Jetzt habe ich den Mann verloren, den ich liebe, für den ich sogar meinen Körper verkauft habe. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, mich für die Kinder zu entscheiden. Innerhalb von zwei Tagen ist Svenjas ganzes Leben aus den Fugen geraten. Sie fühlt sich von ihrem Freund im Stich gelassen. Und ihren Eltern kann sie ihren Kummer nicht anvertrauen, weil sie ihnen die Leihmutterschaft aus Scham verschwiegen hat. Zu allem Überfluss machen die Kramers ihr erneut ein unmoralisches Angebot. Hallo Svenja, können wir kurz reinkommen? Mein Gott, was ist denn mit dir los? Wie siehst du denn aus? Alles okay? Um mal gleich auf den Punkt zu kommen. Ich würde ihnen gerne zu den 20.000 noch 30.000 extra anbieten. Dann bleibt aber der Deal wie besprochen und sie pfeifen ihre Anwältin zurück. Sag mal, geht's noch? Ich habe doch gesagt, dass ihr die Babys nicht bekommt. Selbst wenn ihr eine Million anbieten würdet, würde ich euch die Kinder nicht geben. Wisst ihr, dadurch, dass ich die Kinder jetzt behalte, bricht mir echt alles zusammen. Alles geht kaputt und ihr kommt mir mit so einem Scheiß raus. Raus. Raus, habe ich gesagt. Oder habt ihr irgendwas nicht verstanden? Doch, doch. Ich habe sie völlig richtig verstanden. Und zwar sind sie einfach total überlastet mit den Kindern. Passen Sie auf, ein völlig neuer Deal. Wir nehmen doch beide Kinder. Sie bekommen die restlichen 20.000. Und damit ist aber dann Schicht im Schacht. Svenja, du musst dir das jetzt nicht sofort überlegen. Du hast Zeit. Die Babys sind doch noch nicht mal da. Mach dir ganz in Ruhe Gedanken und dann reden wir nochmal drüber, okay? Genau. Ich meld mich bei Ihnen. Wir finden raus, Svenja. Denken Sie drüber nach. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die ja recht. Ich meine, die Kinder würden zusammenbleiben und Johannes war wieder da. Und vielleicht wäre das alles besser. Und ich denke, ich werde erst mal Frau Braun anrufen. Und dann... Verzweifelt bittet Svenja ihre Anwältin um ein Gespräch. In ihrer Mittagspause trifft sich Brigida Braun mit der jungen Mandantin. Sie möchte ihr zur Seite stehen. Sobald die Zwillinge auf der Welt sind, kann sie Unterhalt, Kindergeld und Wohnungsgeld für sie beantragen. Doch vorerst muss sie die 24-Jährige in ihrer Entscheidung bestärken. Oh, das ist aber nett. Da freue ich mich richtig. Vielen Dank. Frau Michels, was gibt's denn so Dringendes? Sie wollten mit mir sprechen. Erzählen Sie mal. Ja, ich habe im Moment wirklich richtig Angst vor der Zukunft. Ich habe einfach Angst, dass das alles nicht hinhaut, dass ich das nicht schaffe. Welche Sorgen haben Sie konkret? Erzählen Sie mal. Naja, natürlich auch finanzielle Sorgen. Ich meine, ich bin jetzt seit einem halben Jahr arbeitslos und selbst wenn ich einen Job als Nageldesignerin auch finden sollte, dann ist das kaum genug Gehalt, um die Zwillinge unterzubekommen. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht das Angebot der Kramers dann einfach annehme und dass es für alle die beste Lösung ist. Frau Michels, also ich sag Ihnen ganz ehrlich was. Also Kinder zu verkaufen ist nun wirklich keine Alternative. Ja, Sie haben tausend andere Möglichkeiten. Für jedes Kind haben Sie einen Kindergeldanspruch, 184 Euro mal zwei. Darüber hinaus, bis Kramer seinen Unterhalt zahlt, ja, haben Sie einen Unterhaltsvorschussanspruch, 133 Euro pro Kind. Das sind jetzt schon zusammen über 600 Euro. Echt? Naja, natürlich. Darüber hinaus, Sie haben Anspruch auf Erziehungsgeld, 200 Euro, Mehrlingszuschlag, 300 Euro. Wenn Sie arbeitslos sind, Arbeitslosengeld zwei, ja, Erziehungsgeld wird dann angerechnet. Aber Ihre Wohnung wird vom Amt bezahlt, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Ich bitte Sie. Es fließt nicht über, aber zum Leben reicht's, glauben Sie. Und das steht mir alles zu? Na, selbstverständlich. Ich helfe Ihnen auch bei der Antragstellung und bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Gar keine Frage. Aber wissen Sie was, so langsam geht meine Pause zu Ende. Ich muss zurück ins Büro. Begleiten Sie mich ein Stückchen? Denn ich sehe, Sie haben noch was auf dem Herzen. Was ist los? Ja, also es ist auch die Wohnung. Ich meine, alleine kann ich mir die Wohnung ohne Johannes nicht mehr leisten. Das ist... Naja, gut. Also wenn Sie die Wohnung verlassen wollen. Ich meine, Plan B. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern? Könnten Sie vielleicht da unterkommen? Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber die wissen nichts von der Leihmutterschaft. Und ich habe echt Angst, dass die dann total enttäuscht von mir sind. Ja, aber das wird doch verständlich, oder? Ja, trotzdem. Ja, aber schauen Sie mal. Ich meine, Sie übernehmen ja jetzt Verantwortung. Das werden auch Ihre Eltern sehen. Und trotz anfänglichem Ärger, glauben Sie mir, Sie werden das honorieren. Trotzdem habe ich echt richtig Schiss. Sie haben Ihre Entscheidung getroffen, Frau Michels. Stehen Sie dazu. Ja? Stehen Sie dazu. Und ich stehe Ihnen zur Seite? Immer. Und ich helfe Ihnen auch. Und Sie werden sehen, das wird funktionieren.